Sie sind auf der Suche nach einem individuellen und ausgefallenen Geschenk für einen begeisterten Modellbahner in Ihrem Verwandtschafts- oder Freundeskreis? Als besonderen Service bietet Ihnen PIKO die Möglichkeit, ausgewählte Modelle aus unserem Sortiment in individueller Einzelbedruckung für Sie zu bedrucken. Und das bereits ab einer Bestellmenge von einem Stück. Die Bedruckung erfolgt auf beiden Seiten mit dem gleichen Motiv. Als Motiv können Sie uns zum Beispiel ein Foto und eine persönliche Grußbotschaft zukommen lassen, um sich oder Ihren Lieben so ein ganz besonderes Erinnerungsstück oder Geschenk zu gönnen. Um Ihr individuelles Modell zu bestellen, öffnen Sie bitte zunächst unsere Homepage www.piko.de in Ihrem Browser. Klicken Sie hier nun auf den Link Individuelle Modelle in der Menüleiste. Sie landen nun auf unserer Infoseite zu den individuellen Modellen. Neben allgemeinen Informationen zur individuellen Bedruckung von PIKO-Modellen, erfahren Sie hier Näheres zu den unterschiedlichen bedruckbaren Modellen der drei verfügbaren Spurgrößen TT, H0 und G, den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten dieses ausgefallenen Geschenks sowie zum Ablauf des Bestellprozesses. Für die Freunde der Spur der Mitte bieten wir Ihnen einen attraktiven TT-Containerwagen mit 40-Fuß-Container an. Der abnehmbare Container wird, wie bei allen anderen Modellen, beidseitig gleich bedruckt. In der Spurweite H0 bieten wir Ihnen neben unserem universell verwendbaren gedeckten Güterwagen mit seiner großen bedruckbaren Fläche unsere moderne E-Log Taurus an, die mit ihrer silbernen Grundfarbe einen absoluten Blickfang bietet. Das Modell ist in der Gleichstromausführung mit digitaler Schnittstelle ausgerüstet. Für Wechselstrombahner bieten wir dieses Modell ebenfalls an, hier bereits mit digitaler Fahrmöglichkeit ausgestattet. Licht in Fahrtrichtung ist bei beiden Ausführungen gegeben. Last but not least bieten wir Ihnen auch in Spur G imposante Modelle an. Darunter einen detaillierten, weißen Container, bei denen sich die Türen öffnen lassen. Der passende Wagen hierzu wäre der Pico Flachwagen 37707, den Sie optional in unserem Webshop oder beim Händler erwerben können. Ein weiteres attraktives Modell ist der gedeckte Güterwagen im Gartenbahnformat, der eine riesige Druckfläche zur Gestaltung bietet. Natürlich liefern wir dieses Modell wie alle Pico Gartenbahnen in wetterfester Ausführung. Als Höhepunkt bieten wir Ihnen auch im Gartenbahnformat die imposante E-Log Taurus an. Die voll funktionsfähige Lokomotive ist in Ihrer individuellen Bedruckung ein Highlight auf der heimischen Gartenbahn oder auch auf dem Schreibtisch als repräsentatives Geschenk. Klicken Sie nun auf den Link, jetzt Ihr individuelles Modell von Pico anfertigen lassen und Sie werden auf unseren Webshop weitergeleitet. Scrollen Sie auf dieser Seite nach unten bis zum Eingabeformular für Ihr individuelles Modell. Tragen Sie Ihre Daten in das Formular ein und laden Sie die Bilddatei, die auf das Modell gedruckt werden soll, hoch. Wenn Sie zusätzlich zum Bild noch einen Text auf Ihr Modell drucken lassen möchten, geben Sie diesen Text bitte in das dafür vorgesehene Feld ein. Prüfen Sie abschließend noch einmal Ihre angegebenen Daten und klicken Sie auf Abschicken, um Ihre Bestellung zu bestätigen. Ihr abgeschicktes Formular geht nun bei unseren Mitarbeitern der Auftragsbearbeitung ein. Hier werden Ihre Daten erfasst und das Layout Ihres individuellen Modells erstellt. Als erstes setzen wir Ihr Bild in das Printout ein. Dieses wird von unseren Fachleuten auf die entsprechende Form und Größe gebracht und gegebenenfalls optimiert. Nun wird der von Ihnen gewünschte Text eingegeben. Übrigens, sollte etwas unklar sein, wenden sich unsere Mitarbeiter direkt an Sie. Genauso gut können Sie uns bei Fragen direkt per Mail oder auch telefonisch kontaktieren. Das fertige Layout Ihres Modells wird Ihnen nun zusammen mit der Vorauskasserechnung per E-Mail zugeschickt. Sie haben nun die Möglichkeit, das Design Ihres Wunschmodells zu kontrollieren und gegebenenfalls eine Korrektur vorzunehmen. Nach Erfolg der Druckfreigabe und Ihrem Zahlungseingang übergeben wir den Produktionsauftrag in unsere Fertigung. Ihr Modell wird hier in derselben Abteilung und mit der gleichen Technologie gefertigt wie unsere regulären Sortimentsmodelle. Die Bedruckung erfolgt mit höchster Präzision und modernstem Digitaldruckverfahren. Anschließend wird Ihr fertig bedrucktes Modell nochmals geprüft, um sicherzustellen, dass die Bedruckung mit Ihrer Vorlage übereinstimmt. Nach Erfolg der Kontrolle erfolgt der Versand. Nach höchstens 30 Tagen halten Sie dann Ihr individuell bedrucktes Einzelstück in den Händen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017